Der Korse mag das Lachen nicht, steckt die schmalen Glieder lieber, in grüne, laschgeflickte Mäder, auf das ein jeder gleich erbricht, und wieder, wieder, wieder. Plötzlich vermeldet sich ein scharfer Schmerz, ein Schnackmesser mir im Rücken steckt, es geht mir durch bis fast ans Herz, der Korse was hat's ausgeheckt. Hallo Freunde und Anhänger des Korsen, wir sind die anonymen Überlebenden. Jahrelang haben wir euer Treiben beobachtet. Oft haben wir uns gefragt, wie wir euer Auftreten eure scharfen Attacken aushalten sollen. Wir haben es geschafft, haben uns in unseren Arbeitsstellen und unseren Familien verkrochen, um eurem Schnackmesser zu entgehen. Aber wir beobachten euch. Wir sind überall. Ihr könnt uns nicht entkommen. Ihr bekommt uns nicht ausgeschaltet. Wenn einer von uns gehen muss, dann kommen, zehn andere, um die Mission zu erfüllen. Wir sind vernetzt. Wir sind technisiert. Wir sind von eurer Welt, euren Kneipen und öden Fernsehabenden entkoppelt. Glaubt nicht, dass ihr euch unserer Beobachtung entziehen könnt. Wir sind überall. Wir sind rund um die Uhr aktiv. Wir treten ein, für eine Welt ohne Schnackmesser Attacken. Für eine Welt ohne die Angst eines Tages gebrauchte Mäder in der Post zu finden. Für eine Welt frei von Besserwissern, Naseümpfern und in den Vordergrund dränger. Wir sind Anonymous. Wir mögen Saint-Holucci nicht. Wir sind überall. Wir sind nachtragend. Ihr könnt uns nicht stoppen.